Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Anfängertag Nummer 54 und heute wollen wir uns mal die Endertruhe ein bisschen genauer angucken und warum wir die eigentlich sehr gut gebrauchen können. Aber noch zur Info, heute Abend sind wir erst ab 20 Uhr live auf Twitch. Der Link ist in der Videobeschreibung. Legen wir sofort los. Ja, Endertruhen, juhu! Und Livestream erst ab 20 Uhr, aber das habe ich auch schon gesagt. Für Endertruhen, warum gucken wir uns die überhaupt an? Weil die nicht wie normale Truhen sind. Das ist ja so eine normale Truhe hier. Und dieses Banner soll ich mir noch auf mein Schild machen, hat jemand gesagt. Das ist eigentlich auch eine geile Idee. Können wir das Schild eigentlich irgendwie reparieren? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir können das nicht reparieren. Irgendwie mit Holz oder so. Oder Eisen, maybe. Keine Ahnung. Ist auch nicht so schlimm. Kümmern wir uns ein andermat drum. Es geht jetzt erstmal um Endertruhen. Achso, ich habe jetzt wieder automatisch laufen an. Das Problem ist nämlich Steuerhüpfen hier. Das Problem ist nämlich, dass ich gerade so ein paar unterschiedliche Minecraft-Versionen durchteste und probiere für neue Projekte. Und das ist total nervig. Mit dem neuen Launcher muss ich jedes Mal neu Optifine installieren. Total doof. Gut. Endertruhen. Für Endertruhen brauchen wir Obsidian. Und wir brauchen ein Ender-Auge. Dann haben wir eine Endertruhe. Juhu. Das ist ja schon mal gut. So. Jetzt setzen wir hier mal eine Endertruhe hin. Und pass auf, wir machen mal noch eine Endertruhe. Äh. Hier. Ach komm, wir machen gleich noch zwei. So. Wunderbar. Und jetzt mal, nur so als Beispiel. Ich setze die jetzt mal hier hin. Wir können die ja mit der Diamantspitzhacke einfach wieder hier nicht abbauen. Wir brauchen Behutsamkeit. Okay. Wo ist unsere Behutsamkeitsspitzhacke? Behutsamkeit. Da. Da. Ne. Also wenn wir die jetzt hier hinstellen. Mit Behutsamkeit, ne. Können wir die wieder. Dann haben wir die wieder. Das Verrückte ist aber erstmal. Mh. Wenn wir hier jetzt mal. Die zwei Holz reintun, ne. Wir haben jetzt hier zwei. Schwarzeichenholzstämme reingetan. Wenn wir jetzt an diese Truhe gehen. Sind die da auch drin. Wenn wir die hier rausnehmen. Sind die hier auch leer. Also letzten Endes sind Endertruhen. Äh. Eine normale Truhe. Die sich alles teilt. Ja. Also überall kann man darauf zugreifen. Und das ist natürlich richtig, 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 richtig. Richtig, richtig, richtig gut von Vorteil. Wenn wir jetzt mal als Beispiel. Gerade mal die Elytra anziehen. Die Raketen in die Hand nehmen. Und es wird schon wieder dunkel. Ja, egal. So. Komm her. Und. So. Sind wir schon hier. Und dann gehen wir gerade einmal hier runter. La 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 la. Für alle die sich beschwert haben über den Sound und so. Ich habe mir ein neues Mikrofon und ein Mischpult bestellt. Sollte bald kommen. Und dann sollte der Sound nicht mehr so dumpf sein. Sondern viel, viel klarer. So. Ne. Guck mal. Wir haben ja hier eine normale Kiste. Die können wir jetzt einfach mal gerade weg. Löppeln. So. Blup. Und. Wir machen so. Hallo. Jetzt hauen wir den da mal weg. Das Ganze landet da drinnen. Hat der nichts fallen gelassen? Hallo. Ich würde ihm mal was fallen lassen, bitte. Landet im Trichter, aber nicht in der Enderkiste. Also das funktioniert nicht, weil irgendwie der Annahme, das funktioniert. Das heißt, wir können die Enderkiste nicht mit einem Trichter ansteuern. Okay. Ich weiche der Annahme, das funktioniert. Ist aber nicht so schlimm. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal unsere Banner reinlegen. Dann kommen wir hinten auch an die Banner dran. Das ist ja ganz gut. Nur. Geht mal her. Danke. Wir müssen die normale Truhe wieder dahin ballern. Können wir gerade mal so machen. Wie die normale Truhe jetzt. Höh. Diamanten. OMG. Okay. Okay, das war Glück. Kannst du mir erzählen, was du willst? Das war Glück. Wir müssen uns merken, dass sie hier sind. Aber. Gut. Das geht also nicht. Da habe ich echt irgendwie. Irgendwie habe ich da. Ich weiß auch nicht, warum. Gut, da haben wir das ausprobiert. Wir brauchen aber dennoch eine Endertruhe. Weil wir können ja eine Endertruhe auch als Backpack benutzen. Wir können die als Backpack benutzen. Wenn wir nämlich jetzt zum Aufenfliegen nochmal nach Hause. Hallo. Hallo. Wenn wir jetzt eine Endertruhe bauen. Ups. Erstmal hochklettern. Dann reden. Kann ich hier? Ne. Kann ich nicht. Ich dachte, wir können vielleicht so gerade loslassen und dann mit der Rakete hoch. Geht aber auch nicht. Ist aber klar. Ein Versuch war es aber wert. Ach ja, komm. Nerv mich doch. Schön. Such dir Freundeskelett. Aber bitte nicht mich. Wunderbar. Wenn wir jetzt. Hier runter. Au, 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 au. Ich lebe gefährlich. Sollte vielleicht Stuntman werden. Wer will jetzt hier? Guck mal, wir haben hier eine Kiste. Da ist einmal Fichte drin. Wir nehmen jetzt die Behutsamkeit. Ja. So. Wir können die Kiste nehmen. Da liegt aber jetzt der Fichtenstamm. Guck. Nichts mehr drin. So. Wenn wir jetzt aber die Endertruhe nehmen. Wir stellen die mal da hin. Und knallen da mal die 5 Banner rein. Bauen die ab. Nichts 5 Banner hier. Wir können die nehmen. Und können die. La 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 la. So. Können wir rumlaufen. Gucken rein. 5 Banner drin. Mega. Gut. Jetzt denkt sich der eine oder andere vielleicht so. Hm. Lars. Das liegt doch daran, dass du eine zweite Endertruhe hast. Und da werden die Items dann mit drin gesaved. Maybe. Wie? Möglich, ne? So, jetzt haben wir aber nur noch eine Truhe stehen. So. Trotzdem keine Banner rausgekommen. So, jetzt haben wir zwei Endertruhen. Wir stellen eine wieder hin. Tada! Ist nämlich saukool. Wir können nämlich unser Inventar im Prinzip, können wir so eine Reihe Endertruhen machen und die können wir alle nochmal füllen. Das heißt, wir haben ein riesen, riesen, riesengroßes Backpack. Das ist sehr cool. Okay. Auch cool ist das für Farmen, die zum Beispiel weit weg sind. Wenn wir jetzt sagen, wir machen eine Lohnfarm. Und wir farmen uns da dumm und dämlich und unser Inventar ist voll. Wenn wir da eine Endertruhe haben, können wir es einfach reinschmeißen, hier wieder rausholen oder aber wir können die Endertruhe als Backpack mitnehmen. Das macht die Endertruhe einfach zu einem super, super, super duper Item. Weil man letzten Endes so sein Inventar vergrößern kann. Also man kann fast ein unendliches Inventar erzeugen. Wenn man überlegt, so eine Endertruhe hat 2, 4, 6, 8, 9 mal 3 ist 27. Also wir schaffen 27 neue Inventarplätze und wir haben selber 27. 2, 4, 6, 8, 9 das wäre 27 mal 27 Slotplätze, die wir hätten. Das sind, mal grob überschlagen, 540 und 7 mal 27 sind nochmal 140, sind 680 und 7 mal 7 sind 49, sind 729 Plätze, die wir dann haben und nicht diese hier. Okay. Also es ist übertrieben groß. Und das ist halt eigentlich das wirklich Coole da dran. Man braucht halt eine Behutsamkeitsspitzhacke. Das sollte einem klar sein. Was es aber auch noch gibt, müssen wir mal gerade gucken. Schalkerkisten. Dafür brauchen wir zweimal Schalkerschale, eine Truhe. Wir hatten die Schalkerschalen ja schon aus dem End, aber wir sind leider gestorben. Weil mit Schalkerkisten geht das auch oder Schalkerboxen. Jetzt bin ich mir nur nicht sicher, ob ich da eine Behutsamkeitsspitzhacke brauche. Ich würde das gerade gerne einmal ausprobieren. So, probieren wir das mal aus. Wir haben hier zweimal Schalkerschale. Ich verrate ganz spontan im End. So. Ich könnte mal diese ganzen Armbrüsten schmeißen. Die nerven ja nur. Will ich denn mit diesen tausend Armbrüsten? Die können wir zwar auch noch machen, aber die sind ja alle schrotto und billig und weiß ich nicht. Einfach mal hier drinnen gelassen. Ja, wir haben ja... Pass auf. Ne, wir brauchen ja eine Truhe. Wir machen gerade mal so. Und Schalkerkiste. Sehr cool. Die kennen wir ja aus dem End. Ja, so. Die kennen wir. Nur, dass die jetzt nicht aufgehen, weil ein Monster drinnen ist, also ein Schalker, sondern weil wir sie öffnen können. So. Wir tun mal was rein. Nehmen einmal unsere Behutsamkeitsspitzhacke. Wow, direkt weg. Geht super. Steht. Da steht sogar dran, Eichenstamm mal 62. Steht sogar dran, was drinnen ist. Super gut. Wenn wir die jetzt nochmal hinstellen. ist noch drinnen, ne? Wenn wir die mit der Faust abbauen, das dauert. Geht das sogar auch. Das heißt, die Schalkerkiste ist sogar das bessere Backpack-Item, weil wir keine Behutsamkeit brauchen. Aber wenn man natürlich schon im End war, dann hat man wahrscheinlich auch eine Spitzhacke mit Behutsamkeit. Also, ich glaube, das ist egal. Das hier lässt sich nur ein bisschen einfacher machen. Weil wenn man einmal am End ist, kann man immer weiter Schalker klatschen, bis man genug Schalen hat und dann ist alles gut. Wir hatten ja auch irgendwie zwölf Stück oder so. Und deswegen geht das super. Was man halt mit den Schalkerkisten noch machen kann, man kann die halt nicht nur so auf den Boden stellen, dass die nach oben aufgehen, ne? Also, wir sehen das ja. Guck mal. Warte. Dann geht der nach oben auf. Wenn wir die jetzt, ich nehme mal so, geht schneller. Wir können die aber auch gegen die Wand setzen, so, ne? Gegen den Kompostierer. Guck mal, jetzt sieht das so aus. Jetzt ist auch dieses Fach hier auf der Seite und es geht von links nach rechts auf. Das geht auch. So. Und man konnte sogar eine Zeit lang einen Geheimgang so bauen. Ich gucke jetzt mal, ob das noch geht. Pass mal auf. Wir machen einfach hier eins, zwei, drei. Jetzt muss ich gerade gucken. Warte, 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 warte. So. Hier muss diese Schalkerkiste hin. Also da, wo eigentlich der Boden wäre. Guck mal gerade so. Ne, leider nicht richtig. Ne. Och Mann. Okay, da müssen wir gerade einmal rein und das einmal so so machen. So, pass auf. Wir haben jetzt hier den Bodenblock. Den machen wir jetzt zu einer Schalkerkiste. So. Sieht auch sehr witzig aus. Und jetzt machen wir hier einfach mal als Beispiel. Wir wollen ja nur wissen, ob es geht, ne? So, machen wir hier einmal frei und ziehe gerade eine Treppe hoch. So. Die Sache ist nämlich die, guck mal, wir passen hier genau rein. Zwei Blöcke. Aber die Schalkerkiste geht ja nach oben auf. Ja. Und dann können wir, pass mal auf. Seht ihr, wir fallen durch die Kiste durch. Wenn, in dem Moment, wo die Kiste geöffnet ist, drückt die uns nach oben. Drückt die uns nach oben. Und wir fallen durch die Kiste durch. Pass auf, wir machen es nochmal. Und zack, sind wir in einem Geheimraum. Mega, mega cool. Das ist auch wirklich sau einfach. Und so können wir die Schalkerkiste nicht nur als Backpack benutzen, sondern auch als Geheimeingang. Jetzt denkt sich natürlich jeder toll da. Jetzt hast du es gezeigt. Jetzt weiß jeder, wie es geht. Das ist ja voll dämlich, ne? Ja, ist es auch. Und? Da musst du halt 300 Schalkerkisten verteilen. Wir hoffen, dass man keinen Bock hat, die alle durchzuprobieren. Das ist da irgendwie immer noch nicht sehr convenient, ne? Okay. In den Kommentaren stand auch, dass ich die Ofenkartoffeln gegen Fleisch ersetzen soll. Das würde vieles einfacher machen. Ist mir klar, dass es vieles einfacher macht. Aber ich hatte halt gerade so viele Ofenkartoffeln. Warum soll ich die denn wegwerfen? Das ist ja auch irgendwie Quatsch. Aber rohes Rindfleisch. Komm, knallen wir das doch schon mal in den Ofen. Da haben wir noch so eine Armbrust. Eine Armbrustfolge können wir eigentlich auch noch machen. Aber, wie gesagt, Endertruhe, Schalkerkiste, das beides sind die besten Items ever in Minecraft. Also, meiner Meinung nach. Da darf natürlich jeder eine andere Meinung haben. Aber das ist meiner Meinung nach die geilsten Items überhaupt. Wobei die Schalkerkiste natürlich noch mal eine Ecke besser ist. Aber, wenn man unbedingt will, kommt man schon viel, viel früher an eine Endertruhe als an eine Schalkerkiste. Das muss man natürlich dazu sagen. Wie die hier immer nackig sind und rasiert werden. Ah, ist schon kacke gelaufen, ne? Machen die gerade Babys oder Das ist verstörend. Auf so viele Arten und Weisen ist das verstörend. Das auch. Okay. Gut, wir werden noch, also warte, wir hatten noch hier Akvisatische Schussfrack, Kuhstall, Schienensystem, Spinnenfarm, Mine bauen, Pandas, Füchse, Lodenfarm, Schleimfarm. Schleimfarm ist richtig schwierig. Das ist richtig schwierig. Da müssen wir erstmal einen Chunk finden, wo Slime spawnen. Und, äh, dann ist das echt so ein bisschen tricky, das zu bauen. Dauert wirklich ein paar Folgen lang. Aber, ich glaube, als aller, aller, aller Nächstes werden wir erstmal, eine Endermanfarm bauen. Genau, als nächstes bauen wir eine Endermanfarm. Oder? Endermanfarm? Ich sag, vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein. Wenn es dir gefallen hat, ganz gerne liken, wenn ihr euch geschehen den Kanal abonnieren. Und, äh, wir sehen uns, glaube ich, heute Abend, 20 Uhr im Livestream oder eben in der nächsten Folge Minecraft für Anfänger. Ich bin raus. Ciao. Mit Ferdinand. wenn ich noch nie